Hier können wir mal gut sehen, wie die Tiere jetzt anfangen zu gräsen. Obwohl sie im Stallbereich satt Heulage noch haben, gehen sie raus. Und das ist in den letzten Jahren so zu beobachten, so im Februar. Ja, Ende Februar fangen sie auf dem Mahl an und gehen raus. Obwohl, es sieht noch nicht sehr grün-saftig aus, aber es sind ein paar Halme, die die Kühe sich dann schnappen und fressen. Und das kann man so sehen, ja, die halbe Herde ist draußen. Auch die Kälber sind immer rausgegangen und das ist immer spannend. Und das ist gerade heute der Tag, wo ich es beobachte, dass sie alle rausgehen auf dem Mahl und anfangen zu gräsen, obwohl sie drinnen satt Futter haben.